Ich weiß ja, ist nicht irgermann so. Wirklich kein Schaf! Nein! Nein, ja egal! Was ich nun machen werde, wenn ich den Päckchen werde, und ich habe jetzt die Zwiebeln vom Zombie-Empfakt. Hier! Jetzt komme ich schon durchschlafen. Lass mich! Lass mich! Gibt es mir! Nein, nein, ich schaue irgendwie. Also, die nächste Kuh. Oh, Mann! Ich bin hier! Also wer, sonst vielleicht nur ich weiss, wo ich habe mir am Auto. Ich weiss, das ist ein Problem. Nicht so lang, hä? Oh, da bin ich mir einfach. Ich wollte schon wohl allein gehen. Na ja, egal! Musik Nein, nein. Ja. Ja, ich bin zu viel. Ich sollte mal untersuchen, Vor allem michael, sind eigentlich nur auf seinen Leuten, um uns zu reden und gleichzeitig aufs Game zu konzentrieren. Das ist noch schwierig. So. Ja, ja, mehr oder weniger. Ach, blöd. Erstmal eine Tür. Und dann noch das da. Was gibt das, hä? Was gibt das? Ja, ruhig. Oh, die haben sich geändert. Neue Textures. So, wo steht die hier? Ach, komm, weg die Tonne. Oh, nein. Ah, blöd. So. So. Ja. Nein, 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 nein. So, 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 so. Nein, 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 nein. Das muss einfach besser werden, da. Nein. So. Ähm, ja. Ähm, ja. Das wär's mal. Jetzt müssten wir schnell den Dreck da weg tun. So, so. Ja, nein, 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 nein. Das machen wir im Ofen. Ja, im Ofen. Ich glaub ich hab mir ein Stück genug gesteilt, ich weiss es zwar nicht. Ja. 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 Jawohl, langt. So. 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 Jetzt sind wir grad hier rein und es kommen noch Kohlen rein. So. Und jetzt bräuchten wir grad mal so ein Schweineteil. Der runde Schweineteil. Ja. 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 Und jetzt nimmt es mich nur noch Wunder. Äh, ich muss anschein etwas ausprobieren. Vielleicht kann man Scheren nur mit Eisen machen und das wäre recht, ähm, recht scheisse. Wie geht es nicht? Das würde mich gerne an-gacken. Ja. Wie hab ich gesagt. Ja, ja. Um. Ja. Und wenn jemand ein Tutorial von mir will, schreibt mir das. Ich mach' nicht all. Ja, ne. Ja, ne. Dann komm' mir gar gut abhinein. Komm. Komm. Kommt. Wünscht mir Glück. Ich hab noch ein Schwer, das mache ich jetzt gerade. You know's was, he? Viel Spass beim Sterben. Bitte, 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 bitte. Ja! Boah, fuck, ey. Scheiße, es war ein Schrenger. Na ja. Bei idyllischer Minecraft-Musik, äh, herrlinger Musik, werden wir uns unserem Abenteuer widmen. Ja, ne, ist klar. Ich hab jetzt mal zuerst ein bisschen Stein. Dann machen wir Stein. Stein, Stein. Nur mehr Stein. Ich find die Berge so cool, haben die das schon jemals gesehen? Ein Berg, der einfach nicht mit Erde zutickt, sondern nur ein Stein besteht. Schicken wir das, schicken wir einen Screenshot oder so, das wäre noch geil. Auf jeden Fall, ich will mich weghellen, da. Schicken wir die Schrengerung. Boah, Scheiße, jetzt ist es kurz auf einem Frame unten gewesen. Scheiße. Boah, leg. Na ja, idyll. Boah. Wo magst du denn du da? Wow! Ich greife es jetzt nicht an. Hacke es schwer. Schaff! 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 Jetzt muss ich das glauben. Bitte, bitte, bitte! Bei gut! Bitte! Es geht tatsächlich nicht! Scheisse! Nein, das wäre so big for him. Aber natürlich... Respect Notch! Hier fällt immer wieder etwas ein. Wenn wir wissen, wer der Notch ist, hier sind alles Loops. Der Notch ist Gott von Minecraft. Besser gesagt, er ist Minecraft. Er hat allein angefangen das Minecraft Imperium aufzubauen. Also... Respekte hat das eigentlich allein geschafft. Ich muss jetzt hoffen, dass wir irgendwo Sand haben. Und Gas brennen. Aber es ist noch recht schwierig auf so einem Sand. Scheisse! Ach du Scheisse! Naja... Egal! Schwein, Schwein, Schaff! Schaff, Schwein, Schwein! Ah du Scheisse! Ach, ich schwöre! Noch nicht! Nein! Naah, naah, na, 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 na! Kühen! Das Scheisse ist weniger scharf, der Grunz um mehr Kühe! Scheisse. Scheisse, das ist extrem. Sandmann, lieber Sandmann, es ist schon so weit. Oh ja, so, 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 so. Swiss L3. Ja, und wenn es auffällt, wird keinem ein paar Kursverboten. Vitoria, da steht Nadrel drauf. Also auf dem Scheiss, ich bin da jetzt schon. Da steht Nadrel auf dem... Da steht Nadrel auf dem Charakter. Darum... Will ihr vielleicht wissen... Nein, will ihr vielleicht wissen... Der General von meinem Dorf heisst auch Nadrel. So heisst er doch mein Charakter. Als ich Minecraft angefangen habe, war ich noch nicht letztes Player. Darum... Deshalb... Also wenn ihr irgendwann mal bei eurem Server auf Nadrel stossen, das bin ich möglicherweise ich. Nur möglicherweise. Es gibt nie eine Garantie. Mua... Voilà. Fuck. Oh Schneebel, ich schaue euch gleich auf den Balleren. Ähm... Okay. Echt intro Heart 아침s Mua... Wenn es euch fragt was es für Musik ist, ich sage es euch. Juhu... Monkey Island! Monkey Island, das Game, das Point-and-Click-Game. Gibt es jetzt vielleicht eine Schere? Nö. Na ja, IGL. So vielleicht? Oder so? Oder so? Ach, shit. Vielleicht so? Vielleicht auch so? Nö. Also, ich muss das nachher noch nachschauen. Später einmal.